Die Frau dort! Schnappen Sie sich! Na los! Aus dem Weg! Macht euch bereit für eine Überraschung! Wir können ihn nicht herumlaufen lassen, er weiß zu viel. Scheiße, er will in die Metro. Holen wir ihn uns. Habt ihr gehört? Verwiggung! Zuerst lass uns die Wands in deinem Kopf loswerden. Nimm dieses Ding hier aus der Schachtel. Steck es dir in die Nase. Schiebe es ganz tief rein. Ich habe ihn verloren. Du hast vielleicht Nerven, dein Gesicht hier zu zeigen. Was sie nicht sagen. Deine Identität wurde ausgelöscht und eine neue implantiert. Wenn ich nicht ich bin, dürfte ich erfahren, wer ich bin. Ich will Quade lebendig haben zur Reimplantation. Du würdest mir doch nicht wehtun. Wir sind doch verheiratet. Ich betrachte das hier als Scheidung. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte. with ihn nicht. Ich Ap Incase.